Was geht ab? Hier ist wieder Damien aus dem Kraftraum und heute schauen wir uns noch mal ein paar weitere Optionen an, um zu Hause oder draußen einfach ohne Gym noch effektiv trainieren zu können. Und zuallererst der Podcast, Kraftraum Podcast Nummer 123, da haben wir schon mal, das war glaube ich im März oder April, ich glaube im März haben wir da schon mal über Detraining, Erhaltungstraining, Muscle Memory und den ganzen Kram gesprochen. Das heißt, da einfach noch mal reinhören, wenn du das noch nicht gehört hast. Müsste es sogar glaube ich auch hier auf YouTube geben, ich bin mir nicht ganz sicher, als Live-YouTube-Aufnahme, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall sonst Kraftraum Podcast Nummer 123 ist unten verlinkt, da geht es um alles, was da eben gerade relevant sein könnte, eben wie lange kann ich Pause machen, ohne dass ich Muskelmasse verliere, ohne dass ich Kraft verliere und so weiter, wie schnell kommt meine Kraft wieder zurück und meine Muskelmasse, wie oft und wie schwer und so weiter muss ich trainieren, um meine Gains sozusagen zu behalten. Also am besten einfach noch mal reinhören, wenn du es noch nicht gehört hast. Und ich habe heute bei Instagram auch noch einen Post gemacht mit ein paar Ideen, hier die Lockdown Training Tips, da kann man einfach so ein bisschen durchswipen, da stehen nochmal die ganzen Sachen eigentlich zusammengefasst nochmal drin. Und ich habe auch im März glaube ich schon mal dieses Jahr ein Video gemacht, um eben nochmal auch ein paar Ideen zu liefern für Trainingsmöglichkeiten zu Hause, ohne Gym besser gesagt. Damals war es auch noch so, man durfte nicht mal auf Spielplätze oder auf irgendwelche Calisthenics-Anlagen, Sportplätze gehen. Ist aktuell ja anders, also auf jeden Fall bei uns im Bundesland. Kann sein, dass es bei euch ein bisschen anders ist, keine Ahnung. Damals war ja ganz, ganz schwer im Trend das Training mit Gummibändern. Und das ist natürlich voll langweilig und vor allem halt auch nicht so das Beste, was man machen kann vielleicht. Oder wenn man nur das macht, weil die Widerstandskurve dann natürlich entsprechend so ist, wenn man das Gummiband mehr dehnt, ist der Widerstand höher. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Schulterdrücken mit dem Gummiband mache, hier unten habe ich wenig Widerstand und hier oben habe ich dann viel Widerstand. Ist bei einer Handel eher anders, wenn man normales mit Handeln trainiert. Und ja, vielleicht als allererstes. Aktuell sprechen wir von nur November als Lockdown. Das heißt, wir sind bei vier, ein bisschen mehr als vier Wochen. Ist erstmal nicht die Welt. Ist überhaupt nicht schlimm. Das heißt, wenn du vier Wochen lang gar nichts machen würdest, außer halt ganz normal aktiv zu sein, selbst dann würde nicht allzu viel passieren. Ja, also allzu viel Negatives. Ich denke mal, die meisten, die hier zuschauen, sind eh schon ein bisschen länger beim Training dabei. Von daher braucht man da keine Angst haben, dass man sofort alles verliert, was man sich antrainiert hat. Solltest du allerdings erst seit ein paar Wochen trainieren, dann ist natürlich schon blöd, weil dann wirst du am ehesten auch wieder von vorne anfangen müssen. Aber wie gesagt, die meisten werden wahrscheinlich eh schon ein bisschen länger trainieren. Du kannst diese paar Wochen jetzt aber auch als Möglichkeit sehen, mal Sachen zu machen, die du vielleicht sonst vernachlässigt hast. Viele Powerlifter, viele Sprinter oder halt Spielsportler generell klagen immer wieder über Schmerzen der Patella-Szene. Patella-Spitzensyndrom ist der Klassiker. Und man ballert einfach weiter rein bei der Kniebeuge und bei den Sprüngen und so weiter. Jetzt kann man gerade nicht schwer Kniebeugen, weil die meisten haben keine Langhantel zu Hause mit einem Kniebeugenstand oder einem Powerrack. Von daher siehst du das Optionen. Jetzt kannst du schön dein Sehentraining machen. Das heißt, du kannst mit eigenem Körpergewicht erstmal ganz gut die ersten paar Wochen da sinnvoll trainieren durch Super Slow und so weiter. Da vielleicht nochmal die Podcast-Folge mit Jonas Ries zu Sehentraining anhören. Da haben wir nämlich darüber gesprochen und soll uns einfach Bescheid geben. Dann können wir nochmal ein Video oder eine Podcast-Folge speziell zu Sehentraining machen. Das heißt, sieh das als Möglichkeit. Oder ja, ich bin gerade so gut im Bankdrücken und ich merke, wie die ganze Zeit mein Ellenbogen zwickt. Jetzt kannst du Pause machen und mal so trainieren, dass dein Ellenbogen eben nicht zwickt und du vielleicht danach dann einfach wieder weiter trainieren kannst ohne Schmerzen, ohne Probleme. Ja, also von daher ist vielleicht gar nicht so schlimm, mal so eine Zwangspause wieder zu machen, weil viele trainieren einfach dann doch mit dem Kopf durch die Wand immer weiter, auch wenn hier und da was wehtut. Um nochmal noch kurz die möglichen Optionen durchzugehen, was wir einfach mit eigenem Körpergewicht machen können, wir erstmal unilateral trainieren. Das heißt, einbeinig und einarmig. Alles, was du normalerweise beidbeinig machst. Also eine Kniebeuge mit einem Körpergewicht ist halt beidbeinig viel zu leicht für alle. Mit einem Bein kann man es schon schwerer machen und wenn man dann eben Varianten wählt, die halt wirklich schwer sind, zu dem kommt man dann später noch, dann kann man wirklich auch so schwer trainieren, dass man auch als erfahrener Kraftsportler dann doch noch genug Trainingsreiz hat, um vielleicht sogar noch stärker zu werden in der Zeit. Nächste Möglichkeit, wir hatten ja auch schon das eine Video mit Kniebeugen und Hebel und so weiter. Frontkniebeuge war zum Beispiel schwerer bei gleichem Gewicht als eine Kniebeuge mit Langhantel hinten auf dem Rücken und unten drin, weil die Hebel schlechter sind. Das heißt, du kannst einfach, falls du ein paar Kurzhanteln hast, die gehen nur bis, keine Ahnung, 20 Kilo. Wenn du dich jetzt hinlegst und du machst normalerweise Bankdruck in 100 Kilo, sind wahrscheinlich 20 Kilo viel zu leicht. Okay, aber was kannst du machen? Du kannst den Hebel auf dem Schultergelenk verlängern, indem du den Arm ausstreckst und halt fliegender machst. Das heißt, dadurch ist der Hebel auf dem Schultergelenk deutlich größer. Das heißt, die Brustmuskulatur muss härter arbeiten. Also darüber kann man auch über schlechte Hebel sich dann auch wieder Übungen schwer genug machen, um einen Trainingsreiz zu haben. Kombinieren damit kann man eigentlich ganz gut die langsame Exzentrik. Das heißt, wir machen die negative Phase ein bisschen langsamer. Also im Fall von Fliegen dann gehe ich jetzt nicht schnell runter und wieder hoch und nehme diesen Dehnungsverkürzungszyklus noch mit, sondern ich gehe schön langsam runter. Richtig, richtig langsam. Und da wissen wir auch aus der Forschung mittlerweile, dass so eine langsame Exzentrik betont langsam, also nur diese exzentrische Phase, auch einen besseren Hypertrophiereiz generieren kann. Gerade wenn man mit dem gleichen Gewicht trainiert. Das heißt, wenn du normalerweise jetzt mit den 20 Kilo dann so machen würdest, ist wahrscheinlich für den Muskelaufbau besser, wenn du hier diese negative Phase ein bisschen langsamer machst. Dann können wir aber auch andersrum explosiv trainieren. Und zwar gerade, wenn wir von Kraft sprechen, sprechen wir eigentlich immer von Kraft bei einer Übung zeigen. Das heißt, ein Gewicht bei einer Übung bewegen und nicht einfach nur die reine Kraft der Muskelmasse, die wir haben. Und da geht es vor allem darum, dass wir was gezielt ansteuern können. Und da geht es um die Rekrutierung vor allem. Das heißt, wie viele motorische Einheiten kann ich auf einmal ansprechen? Auf Frequenzierung und so weiter. Aber vor allem die Rekrutierung wird verbessert. Und die können wir auch sehr, sehr gut trainieren durch explosives Training. Das heißt, wenn du keine Kniebeugen machen kannst, aber deine Beine stark bleiben sollen und du halt eben diese Ansteuerung optimiert haben möchtest, kannst du zum Beispiel durch Sprünge, durch sublimatisches Training immer noch eine hohe Rekrutierung hervorrufen. Ist natürlich trotzdem was anderes, wie wenn du maximal schwere Kniebeugen machst, weil du halt einfach keine maximal schwere Kniebeugen machst und da nämlich einfach mehr dazugehört, als einfach nur zu springen. Aber du kannst durch Sprünge trotzdem wahrscheinlich auch besser deine Kraft erhalten, wenn du dann gar keine machen würdest. Also auch Sprungliegestütze und so ein Zeugs. Dann können wir natürlich mit allen möglichen Intensitätstechniken arbeiten. Also egal, welche dir da einfallen. Sei es Reduktionssätze, aber wahrscheinlich haben die meisten zu wenig Gewicht, um sowas zu machen. Das heißt, wenn wir eh schon mit leichtem Gewicht anfangen, ist es natürlich nicht ganz so geil. Beim Slingtrainer, wo wir zum Beispiel später noch kommen, kann man da schon ganz gut mit arbeiten. Giant Sets, das heißt, wir machen viele Übungen nacheinander. Das heißt, du nimmst ja zum Beispiel drei, vier verschiedene Beinübungen und die können wir richtig krass kombinieren, dass du am Schluss einfach komplett platt bist. Und was da eben der Vorteil davon ist, wir kommen einfach noch mehr ans Muskelversagen ran. Und wenn wir eins wissen, wenn wir mit leichten Gewichten trainieren müssen, dann müssen wir näher ans Muskelversagen rankommen, als mit schweren Gewichten, um trotzdem noch vor allem Muskelmasse aufzubauen. Das heißt, du hast vielleicht nur 30 Kilo jetzt auf der Langhantel da, mehr hast du nicht. Dann machst du halt von mir aus erstmal irgendwelche Ausfallschritte, 15 Wiederholungen, 20 Wiederholungen, dann machst du Bulgarian Splitsquats, 20 Wiederholungen und dann machst du vielleicht nochmal komplett einbeinige Kniebeugen, bis du dann einfach nicht mehr kannst. Und dann kannst du davon ausgehen, du wirst trotzdem noch Muskelmasse aufbauen, auch wenn du nur mit 30 Kilo trainierst. Was ihr natürlich auch machen könnt, wie vorhin schon gesagt, wahrscheinlich könnt ihr auf einen Sportplatz gehen, ihr könnt auf eine Calisthenics-Anlage gehen oder auf einen Spielplatz. Denkt immer dran, wir haben immer noch so Beschränkungen an Personenzahlen, wie viele Personen sich an einem Ort aufhalten dürfen. Das heißt, wenn der Spielplatz dran voll ist mit Kindern, dann geht es nur um den Urlaub, wenn keine Kinder da sind. Dann kannst du trotzdem noch an dem Spielplatz Klimmzüge trainieren in der Regel. Du kannst irgendwelche Liegestützen oder Dips oder Zeugs machen. Also es gibt immer Möglichkeiten, da zu trainieren. Und selbst wenn du keinen Spielplatz hast, dann geh in den Wald ohne Scheiß. Geh einfach mal in den Wald und guck, was du findest. Du findest bestimmt irgendwo einen Baum, an dem du Klimmzüge machen kannst. Du findest vielleicht auch gefällte Bäume, wo du dann mit dem Stamm irgendwelche Shoulder-Press-Geschichten, du kannst den als Lock benutzen, du kannst damit Kniebeugen, du kannst alles Mögliche machen. Es gibt ja auch Strongmen hier, die sich im Faschingskostüm im Wald rumtreiben und irgendwelche schweren Steine hochheben. Also man findet schon schwere Sachen zum Trainieren. Und dann noch eine Sache, die ich das letzte Video komplett vergessen hatte im März und auch beim Instagram-Post komplett vergessen hatte und zwar BFR. Das heißt diese Bloodflow Restriction Training. Und zwar, wir können, wenn wir zum Beispiel jetzt Liegestützen machen und beide Oberarme abbinden, am besten mit so einem Gummiband. Findet gerade keins, aber ihr könnt Handgelenksbandagen nehmen, ihr könnt irgendwelche normalen Bänder, die ihr habt zum Trainieren, die Gummibänder könnt ihr auch nehmen, kann man die abbinden. Es soll schon so sein, dass die Blutzufuhr gehemmt wird, also dass das Blut noch immer weiter in die Arme reinfließen kann. Aber wenn der Arm dann taub wird, ist wahrscheinlich schon zu arg. Okay? Das heißt, da muss man ein bisschen experimentieren. Ihr könnt einfach mal gucken, es sind noch zig Videos und Artikel und so weiter, wie man das richtig macht. Aber da könnt ihr dann einfach noch Bloodflow Restriction Training einbauen. Bloodflow Restriction Training. Scheiß Wort. Einbauen und dadurch einfach nochmal auch wieder mit leichtem Gewicht schneller zur Ermüdung führen und trotzdem dann halt nochmal einen sinnvollen Trainingsreiz haben. Dann kommen wir mal noch zum Equipment. Die meisten werden eh noch vom letzten Mal alle möglichen Gummibänder haben. Und ich hoffe auch, dass die meisten mittlerweile einen Satz verstellbare Kurzhanteln haben. Das können billige Schraubverschluss, Plastikgewichtdinger sein, ist gerade egal. Falls man vielleicht irgendwie 30 Kilo auf einen Hantel bekommt, wäre schon mal ganz cool. Dann kann man echt schon viel machen. Also wenn du 30 Kilo in jede Hand nimmst und dann Bulgarian Splitsquats machen kannst, wäre schon mal ziemlich gut. Also egal, wie stark du bist, damit kann man schon ordentlich trainieren. Und dann kannst du natürlich auch dann alle Gewichte auf eine Kurzhantel packen, solange die halt alle draufpassen. Dann hast du nochmal einen schweren Hantel zum Rudern und sonst irgendwas. Weil Beintraining und Rückentraining ist nämlich meistens das schwerste, wenn man halt kein Equipment hat. Klar, Klimmzüge kann man machen, aber wer keine Klimmzüge kann, der braucht ja was anderes. Und da kommen schon mal hier die Ringe oder der Slingtrainer ins Spiel. Kann ich beides empfehlen, ist beides ein bisschen unterschiedlich. Ich sag mal so, der Slingtrainer ermöglicht halt durch diese Fußschlaufen noch zum Beispiel Sachen wie Leg Curls, was bei den Ringen nicht ganz so gut geht. Geht natürlich auch. Aber die Ringe ermöglichen dann auch wieder so Sachen wie Dips oder auch Klimmzüge, was halt bei denen besser geht. Beim Slingtrainer weniger, weil die halt nämlich oben zu einem Punkt zusammenlaufen. Die Ringe werden halt getrennt aufgehängt. Schauen wir uns erst kurz den Slingtrainer an. Slingtrainer kann man in der Regel auch an der Tür befestigen, muss man halt an der Tür schließen, sodass die Tür nach innen zugezogen wird. Ja, den ich hier habe, der ist gut, den gibt es aber nicht mehr auf Amazon, aber ich verlinke mal einen anderen oder ein paar andere am besten. Der günstigste von THX kostet glaube ich 115 Euro. Die Dinger sind schon gut, die halten auch ein bisschen länger als die billigeren Teile, aber ich habe auch wirklich so ganz, 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 ganz billige schon seit ein paar Jahren mit einer Mannschaft im Gebrauch und die halten immer noch. Das einzige, wo ich bei Slingtrainer achten würde, ist, dass die hier oben so eine Möglichkeit haben, dass das Ding halt einfach durchrutschen kann, dass man die Höhe nicht ganz perfekt einstellen muss und dann, dass der Verschluss einfach ein bisschen höher ist und nicht direkt hier am Griff, weil man sonst einfach, wenn man Liegestütze und sowas macht, den Griff immer am Arm hat. Die Ringe hier habe ich mir selbst erst vor kurzem geholt, sind das ordentlich teuersten. Sind 32 Millimeter dick, ich habe halt große Hände, deswegen fand ich den dicken Ring ein bisschen besser. Und die haben hier die Skala und die Markierung und das Band ist, glaube ich, irgendwie vier, fünf Meter lang oder so. Ich glaube, fünf Meter lang. Verlinke ich auch mal unten drin. Damit können wir dann schon echt einige Übungen machen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Beinübungen an, weil das Beintraining ist meistens das schwerste. Das Gute ist aber, es gibt ein paar fortgeschrittene Bodyweight, also mit Körpergewicht Varianten, die schon echt richtig, richtig schwer sind. Die schaffe ich selber auch nicht, was vielleicht auch nichts zu heißen hat, aber ich schaffe sie nicht. Ein paar davon habe ich mal hier einfach jetzt als Auflistung oder Aufzählung. Einmal Single Leg Box Squat, nenne ich die Dinge immer. Und zwar, es steht mit einem Bein vor einer Box und macht dann innerhalb von fünf Sekunden vielleicht eine negative Phase auf die Box mit hinsetzen. Aber das Gewicht am besten nicht komplett absetzen oder Männer nur sanft absetzen, dass man nicht auf die Box runterfällt. Also es kann ja auch eure Bettkante sein, es kann Sofa, ein Stuhl oder sonst irgendwas sein. Im Park draußen die Bank. Und dann zügig wieder aufstehen. Und wenn man davon mal zehn Meter Holungen macht, wirklich fünf Sekunden exzentrik, erstmal für die Sehne wieder ganz geil. Und auch so einfach gar nicht so leicht. Kann man wieder erschweren, mit einem Gewicht in der Hand nach vorne wegstrecken, was dann halt auch wieder als Ausgleichsgewicht hilft für die Balance. Und ist im Endeffekt eine Teilbewegung von einem Pistol Squat. Als nächstes haben wir den King Deadlift. Ist im Endeffekt eine einbeinige Kniebeuge und ein Ausfallschritt, aber das Bein hinten in der Luft halten. Kann man natürlich auch wieder erschweren, wenn man dann die Range of Motion vergrößert. Also das heißt, den Bewegungsradius vergrößert. Also auch wieder irgendwo draufstehen, dass das Knie hinten dann weiter runtergehen kann und von da aus wieder aufstehen. Und davon dann die Königsdisziplin ist dann der Shrimp. Königsdisziplin heißt aber Shrimp. Hört sich blöd an. Auf jeden Fall, man hält einfach hinten den Fuß noch fest und muss dann mit dem spitzen Knie bis auf den Boden runter und dann wieder aufstehen. Das kriege ich nicht hin. Da falle ich um. Ob es an der Kraft liegt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kriege ich es nicht hin. Diesen King Deadlift kann man auch zum Beispiel noch mit einem Sling Trainer ausführen, dass man von da aus dann nochmal tiefer runtergehen kann, weil man sich in den Sling Trainer ein bisschen reinhängen kann und auch mit den Händen von unten wieder ein bisschen raushelfen kann, falls man eben ganz, ganz unten das Problem hat. Nicht ganz rauskommen, dann kann man da ein bisschen nachhelfen. Dann kommt man da hoch und kann dann den Rest von der Bewegung dann komplett ausführen. Wenn wir schon beim Sling Trainer sind, kommen wir zu den Leg Curls. Die Rückseite wollen wir nicht vernachlässigen. Die meisten Powerlifter, die machen ja sehr viele Kreuzhebervarianten, machen auch Rückenstrecken, so ein Zeug, aber machen vielleicht selten Leg Curls im Sitzen oder auch an der Maschine generell. Das heißt, wir trainieren die Hamstrings hinten immer nur von der Hüfte aus und nicht vom Knie aus. Und hier eine Variante, wo man die Fersen eben in den Sling Trainer reinhängt und dann Leg Curls durchführt. Auch schwerer, als man denkt und könnte eben für den einen oder anderen Kraftsportler durchaus sinnvoll sein, auch langfristig mal durchzuführen. Und dann haben wir noch eine Kniebeugenvariante und zwar die Sissy Kniebeuger Sissy Squat. Die kann man natürlich auch so schwer machen, dass man da problemlos als erfahrener Kraftsportler, als starker Kraftsportler auch trainieren kann. Das Coole ist, als Kraftsportler ist man meistens auch ein bisschen schwerer, hat vielleicht noch mehr Oberkörpermasse und von da aus wird es dann noch mal schwerer. Und wem da die Beidbeinige Variation nicht reicht, also die Beidbeinige Variante mit komplett gestreckter Hüfte, der kann es einfach mal einbeinig probieren. Kriege ich, glaube ich, also das heißt glaube ich, kriege ich auf gar keinen Fall hin. Von daher auf jeden Fall schwer genug, dass man hier sehr, sehr schwer trainieren kann. Schleichwerbung, Code Kraftraum, bei fitmart.de könnt ihr 20% auf ESN-Produkte sparen. Und jetzt geht es weiter nach der Werbesendung. Also, jetzt kommen wir von hier aus noch zum Oberkörpertraining. Ich gehe jetzt mal davon aus, jeder hat jetzt einen Sling-Trainer oder Ringe. Falls ihr es nicht habt, holt es euch einfach, es sind ein paar Euro, die man da mal hinlegt, aber da hat man es einfach für immer. Die Dinger sind auf jeden Fall echt sinnvoll. Wir können hier super viel machen. Also, wir können erstmal durch den langen Hebel arbeiten. Das heißt, wir machen fliegende an den Ring. Oder wir machen auch Reverse Fly, wenn man sie so nennt, oder Reverse Butterfly. An den Ring oder Sling-Trainer geht beides. Das Gute ist, man kann den Widerstand sehr gut durch die Körperposition, also wie aufrecht ich stehe, durch den Winkel einfach verändern. Je näher ich mit dem Oberkörper zum Boden runtergehe, desto schwerer wird es. Und wer dann, sag ich mal, die Fliegenden in einer wirklichen Liegestützposition macht, der ist auf jeden Fall wahrscheinlich schon sehr stark und die meisten werden es eh nicht hinbekommen. Von daher kann man da richtig, richtig schwer trainieren. An den Ringen können wir natürlich noch Dips machen, in allen möglichen Varianten. Ihr könnt auch Muscle-Ups machen, wenn ihr das könnt oder nicht könnt. Einfach probieren, einfach mal üben. Auch nur die negative Phase mal von oben vielleicht runtergehen, langsam diese Transition trainieren. Kann man alles Mögliche machen. Dann können wir auch Push-Up-Variationen machen mit den Ringen oder mit dem Sling-Trainer. Und auch hier, wenn man da komplett runtergeht, die Füße vielleicht noch hochlegt. Wenn ihr es zu Hause nicht aufhängen könnt, man kann wahrscheinlich irgendwo im Treppenhaus, an einem Treppengelände Dinger festhängen, unter der Treppe dann sein. Man kann es auf dem Spielplatz bei der Schaukel oben festmachen. Man kann es irgendwie in einem Baum befestigen. Es gibt genug Möglichkeiten. Generell, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wer keinen Bock drauf hat, findet eine Ausrede. Also von daher, die Dinger werdet ihr schon irgendwo aufhängen können. Und dann kann man einfach die Füße noch irgendwo hoch machen, was wirklich horizontal ist. Man muss da aus seinen Liegestützen machen. Wenn man dann auch noch schön langsam runtergeht, wieder vier, fünf Sekunden runtergehen, dann sich rausdrückt und dann noch ein bisschen zusammenzieht so, dann zehn, 15 Meter Holungen passt wahrscheinlich schon für die meisten. Von daher, auch hier wird er schwer genug. Und dann das Ganze noch umdrehen. Rudern kann man auch wieder schön schwer machen. Wem das nicht reicht, dann macht es einarmig. Bei Liegestützen einarmig mit dem Sling-Trainer oder Ring geht halt schlecht. Beim Rudern geht es aber sehr gut. Da kann man im ganzen Körper rudern. Und dann noch Bizeps-Trizeps-Variationen kann man auch alles schön machen. So eine Skull-Crusher-Bewegung oder halt so eine Tricep-Extension, Tricep-Pushdown, was weiß ich was. In verschiedenen Positionen kann man sehr gut machen. Und da kann man auch geil mit Reduktionssätzen arbeiten. Das heißt, ich fange so an, mache meine zehn Wiederholungen, bis ich vielleicht gerade noch so kann. Dann gehe ich ein Stückchen höher, mache nochmal ein paar Wiederholungen. Gehe ich nochmal ein Stückchen höher, mache ich nochmal ein paar Wiederholungen. Und dann habt ihr schon durch. Und bei Curls könnt ihr genau das Gleiche machen. Entweder hinten reinhängen und hier curlen. Oder eben nach vorne reinhängen und von hinten curlen. Also in der Schulter-Extension. Das geht zum Beispiel auch. Und da habt ihr eine Variation, die ihr vielleicht auch noch nie groß trainiert habt. Und dann natürlich alle möglichen Rumpf-Variationen. Also alles irgendwie Side-Plank, normale Plank und was weiß ich was. Da kann man alles Mögliche machen. Für Sling-Trainer-Übungen am besten einfach mal Sling-Training-Core. Sonst irgendwas eingeben bei YouTube. Da kommen 100.000 Übungen. Denkt halt dran, ist die Übung sinnvoll für mich erstmal? Kann ich sie schwer genug machen, dass sie mir auch was bringt? Ich habe es vorhin auf Facebook wieder gesehen. Hat irgendjemand so ein ultimatives Home-Leg-Workout gepostet. Und im Endeffekt eine halbe Stunde irgendwie auf der Stelle rumspringen, rumhampeln. Es ist kein Krafttraining. Es ist ein Ausdauertraining, okay. Aber die meisten, die hier zuschauen, die wollen Krafttraining haben. Das heißt, kann ich die Übung schwer genug machen, dass sie wirklich auch genug Widerstand bringen. Oder mich ans Muskelversagen bringen. Und eben nicht ans Versagen durch irgendwie, weil meine Pumpe nicht mehr kann. Weil ich nach einer halben Stunde Air-Squats und irgendwie rumhampeln, was weiß ich was da, einfach nicht mehr kann. Also von daher, einfach gucken, kann ich schwer genug machen, falls ja. Einfach trainieren. Und wie gesagt, am besten nochmal die Podcast-Folge 123, ist unten verlinkt, nochmal anhören. Und dann könnt ihr da nochmal reinhören, was wirklich passiert, wenn ihr jetzt ein paar Wochen nicht trainiert. Oder halt wenig trainiert. Und wie schon gesagt, keine Angst, ihr verliert nicht alle Gains. Und ja, danach geht es wieder weiter. Ihr könnt danach wieder normal weiter trainieren und braucht auch keine Angst haben, dass dann erstmal gar nichts mehr geht. Sondern vielleicht eine Woche, dann seid ihr wieder drin und dann geht es gut weiter. Und dafür noch als Beispiel, ich habe im Online-Coaching einen Trainee, der hat sich auch im Wettkampf vorbereitet, Paulist im Wettkampf. Und der hatte die ganzen Lockdown durch eigentlich keine Bank gehabt. Der hat am Anfang nicht nur einen Sling-Trainer gehabt und eine Klimmzugstange. Das heißt, wir haben Liegestützen gemacht, wir haben Rudern am Sling-Trainer, wir haben alle möglichen Sling-Trainer-Variationen gemacht und auch einbeinige Kniebeugen am Sling-Trainer und so. Aber halt nichts mit der Langhandel. Dann hat er später noch einen Rack um eine Langhandel und Gewichte bekommen, aber keine Bank. Das heißt, er hat eigentlich vor dem Wettkampf nur einmal trainiert und einmal noch getestet, normales Bankdrücken und sonst halt nur noch die letzten paar Wochen davor Floorpress trainiert. Und er hat seine alte Bestleistung wieder eingestellt und war aber fast 10 Kilo leicht aus dem letzten Wettkampf. Das heißt, er konnte nur durch seine ganzen Liegestützen, die er gemacht hat, und dann durch ein paar Wochen Floorpress locker seine Bestleistung wieder einstellen bei weniger Körpergewicht, was im Endeffekt wieder eine Bestleistung ist. Von daher, es geht auch damit ganz gut. Und seht es einfach als allgemeines Training und nicht mal als spezifisches Training für eure Sportler oder für Powerlifting, für Gewichtheber und sonst irgendwas. Klar, ihr habt keine Langhandel, ihr könnt keinen Reißen und Stoßen mehr machen, wenn ihr Gewichtheber seid, aber ihr könnt allgemein stärker werden. Und allgemein stärker werden ist immer sinnvoll für die meisten Sportler. Von daher, wirklich keine Sorge. Und hey, selbst wenn du gar keinen Bock hast, zu Hause zu trainieren, für die meisten macht es bestimmt auch mal Sinn, ein bisschen Ausdauer zu trainieren als Kraftsportler. Das heißt, geh einfach raus und renn. Geh einfach raus und renn. Wie Forrest Gump, renn einfach und hör nicht auf zu rennen. Und dann kommst du deutlich fitter in den nächsten Trainingszyklus wieder rein im Fitnessstudio. Und dann wird auch da das einen großen Vorteil bringen, weil du einfach mehr trainieren kannst und dich schneller erholen kannst und halt einfach im Training mehr Gas geben kannst. Und vielleicht weniger Pause brauchst und so weiter. Aber ja, damit glaube ich, habe ich alles gesagt, was ich irgendwie jetzt zum Thema sagen könnte, was mir gerade so einfällt. Vielleicht fällt mir wieder was ein, was ich komplett vergessen habe. Keine Ahnung. Ja, ich hoffe, das Video bringt dir irgendwas. Ich habe dir ein paar Ideen nochmal geliefert. Du kannst hier natürlich supporten mit Kauf von Merch. Ich habe hier Kraftraum-Hoodie. Die dürften nächste Woche vielleicht wieder in den Shop kommen. Ich habe eine Lieferung ausstehend irgendwann. Weiß noch nicht genau wann. Ich hoffe, nächste Woche. Und sonst haben wir aktuell noch Banner. Nein, da. Ihr seht, hier hängt ein fetter Banner, aber den gibt es nicht zu kaufen. Es gibt nur die anderen Banner zu kaufen. Einfach kraftraumshop.de. Da könnt ihr reinschauen. Da gibt es eben T-Shirts und Tanktops und Hoodies und so weiter. Und die Banner noch diese Woche zu bestellen. Und ja, dann hoffe ich, kommen alle gesund durch diesen Lockdown wieder durch. Haltet euch an die Regeln, auch wenn es nervt. Haltet euch einfach dran und dann sind wir das Ding hoffentlich bald irgendwann mal los und Normalität kehren wieder ein. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Bleibt stark. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.